Ich bin mir sicher, um die Halbfinale zu gehen, wir müssen gewinnen. Wir können nicht spekulieren mit unseren Geheimnissen in Manchester. Wir werden probieren. Ich bin sorry, die Bundesliga ist vorbei. Wir haben gewonnen. Natürlich, wenn wir nicht im Halbfinale sind und im Halbfinale sind, ist das ein großer Fehler für den neuen Trainer. Ich weiß, wenn wir im Halbfinale sind, ist es nicht notwendig für diesen Verein. Ich bin mir dessen bewusst. Ich glaube, sie warten nach hinten und unsere Ball verlassen und natürlich sofort organisieren seine Konter. Das passiert. Wenn das passiert, wird manche warten in der Tiefe hinten. Wir müssen gut angreifen. Natürlich, wir werden probieren am Morgen. Wir gehen morgen auch ins Spiel, um da zu gewinnen. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena. Wir wollen hier gewinnen. Wir wollen nichts anbrennen lassen. Wir wollen nicht abwarten, spielen oder so, sondern wir wollen so spielen, wie wir immer agieren. Und das ist eben mit viel Ballbesitz natürlich und dann in den richtigen Momenten zielstrebig aufs Tor spielen. Und das ist unsere Aufgabe und so werden wir morgen auch agieren. Eigentlich braucht man dann eben zum Ende hin der Saison wirklich jeden einzelnen Spieler. Das haben wir auch letzte Saison gesehen, wie wichtig das ist, wenn fast alle fit sind. Ob Bundesliga, ob Pokal oder dann auch Champions League, wenn alle an Bord sind. Und deswegen ist es sicher bitter, wenn jeder einzelne ausfällt. Egal wer. Aber Basti ist natürlich bei uns ein Führungsspieler, der enorm wichtig ist für uns. Und deswegen ist sein Ausfall natürlich sehr, sehr bitter. Er wird spielen. Er wird zu 100 Prozent spielen. Ich wette ein großes Glas Bier. Er wird spielen. Rooney ist einer der besten Spieler, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Wenn er in so einem Spiel fehlt, muss er eine Menge Probleme haben. Und ich bin mir sicher, dass er spielen wird.